So, da sind wir auch wieder zurück. Lang, lang ist's her. Seit der letzten Aufnahme zwischendurch habe ich eine, hoffentlich, das nehme ich jetzt in Ruhe, eine Weißheitszahn-OP und alles mögliche hinter mir. Und die Zähne stehen jetzt wieder und alles ist Paletti und Buletti und Zamperoni. Und, ja, jetzt stürze ich mir mal in eine kleine Schnellaufnahme, damit wenigstens irgendwas wiederkommt, weil ich glaube, es ist schon wieder eine Weile lang Leerlauf gewesen. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch mal auf eine Folge in zwei Tagen schalten, weil das sonst zu viel zum Aufnehmen für mich ist im Moment. Ich habe im Moment nicht so viel Zeit wegen Schule und, naja. Ich hoffe, ihr wirst verstehen, dass es dafür da ist. Bleibt mir schon nichts anderes übrig. Hier kriege ich das Tor auf. Okay, das war nicht gut. Dann laden. Letzter Autosave. Ja. Ich muss mal kurz überlegen, was haben wir das letzte Mal gemacht? Was ist denn überhaupt unsere Quest? Ne, das ist falsch. Leise Abgang. Belltois über die beiden Ordnung sind. Okay, ich habe doch diesen Jungen auch letztes Mal gerettet. Throw out Trash. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Ja. Ich glaube, es kam von hier. Ach, sie kommen hier aus. Wie frech ist das denn? Ich war mir sicher, dass da was... Ja, da war auch was. Tut mir sehr leid für dich. Komm her. Oh Gott, da ist Robby. Ich habe heute da ab. Sehr gut. PA. Okay, von mir aus. Was? Kein Platz dafür? Also war jetzt frech. Okay. Dann wollen wir nochmal kurz speichern. Nehmen wir den ruhig. Okay. Okay. Da könnten wir doch eigentlich mal das benutzen. Okay. Das war doch schon mal gut. Okay. Ich weiß nicht. Was? Das ist das. Hier läuft irgendeine krasse Scheiße. Und darum geht's ja hier auch. Nene, nene, nene. Das war ich überhaupt nicht. Tut mir leid, Kumpel. Kein Platz dafür. Nun gut. Granate, auch kein Platz. Was haben wir denn hier? Hacken. Was können wir da machen? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Was soll das denn? Na komm schon. Jawohl. Ah, okay. Okay, darauf hab ich noch keinen Zugriff. Warte mal, konnte ich das nicht... auch noch machen. Nee. Hm. Und das hier. Und das hier. So. Geschützkontrolle. Das würdest du jetzt lohnen. Ich weiß nicht, gilt das andere Ding auch als Geschütz? Ah. Gegner. Gegner. Jetzt müsste er eigentlich die anderen schnitzeln, nicht wahr? Oder deaktivieren wir es einfach. So, und dann... Ach komm. Dann machen wir das mit dem Roboter auch noch eben. so. Könnt es sich ja leisten. Und... Und... Hm... Ach. Ne, das wollte ich ja nicht. Ich wollt' das. So. Machen wir das doch. So. Dann wollen wir das mit dem Roboter drauf. Und jetzt können wir hoffentlich keine Verbindung zum Roboter. Komisch. Der hier. Oh, der ist leichter. Erstmal eine Protection. Oh, fuck. Jawohl. Gerade eben noch. Irgendwie Sachen, die bestimmt helfen würden, aber die ich jetzt mal gekonnt ignoriere. Dann gehen wir mal hier lang. So, der ist auch weg. Oh Gott. Der will doch nicht über hier hinkommen. Der süße Robby. Aber da oben sehe ich noch einen, gerne. Den werde ich auch noch ausschalten. Okay. Erstmal Lage checken Okay, nähere Umgebung ist nix Dann speichern wir mal kurz Man kann nie genug speichern Können wir nicht mitnehmen Nicht so gut, aber nichts zu ändern Da haben wir doch die Munition, die uns fehlt Da hätte man anscheinend auch drüber kommen können Wenn man es denn gewollt hätte Oh, System zur Zielerleichterung Das klingt gut Denn Warum bin ich denn das noch dabei? Gut, und demot hier Oh, ich hab nix dafür Was ich dafür reintun könnte Schade Ach Quatsch, den wollte ich hier Wahrscheinlich hab ich das schon für ein paar Sachen reingetan Und die anderen brauchen das wahrscheinlich nicht Wo ist denn Robby Egal 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 Wir gehen jetzt nämlich eben hier hoch Und die haben wir schon so gekonnt ausgeschaltet Sehr schön So Okay Okay Och, nö Wo ist denn der Oh, ist das fies Das ist sehr fies Habe ich noch irgendwas granatenmäßiges dabei? Eine Schockgranate Naja Für den Peps hab ich keine Munition mehr, ne? Nee Aber ich könnte es ja mal damit probieren Wie frech Geh mal ganz schnell kurz da runter Oh Gott Das war schlecht Also merken Da sind noch welche Letzten Spielstandarden Wie fies Okay Wir sind hier Mitnehmen, was geht Alles mitnehmen Wie fies Gut Hier Gut Lass